hallo und ein herzliches willkommen hier auf meinem kanal zu sons of the forest seid gegrüßt jetzt hatte ich einen tipp bekommen bezüglich meines problems mit dem arm ich soll es mit der goldenen rüstung versuchen genau das hält mich jetzt auch vor und würde jetzt runter laufen zur zur höhle zum höhleneingang und wenn ich am höhleneingang bin oder ich mache jetzt hier ein schnitt und wenn ich am höhleneingang bin dann schalte ich euch wieder dazu bis das ist so eine kurze zwischenmeldung ich will ganz gerne was versuchen wir hatten doch so ein schlitten gebaut und ich würde jetzt echt ganz gerne mal versuchen mit dem mit dem schlitten runterzufahren weil das haben wir noch nie ausprobiert als ich würde jetzt hier den schlitten nehmen aber wie setze ich den schlitten ab oder geht es hier gar nicht geht es an bestimmten orten oder muss ich den aus der hand legen ich kann linke muss dass der rechte raus dass der mittleres mausrad e machte auch nix f macht doch nix scheinbar geht es hier nicht schade ich werde so gerne mal eine runde schlitten gefahren aber irgendwie geht es nicht okay dann sehen wir uns am höhleneingang wieder bis gleich so da bin ich fast angekommen jetzt bin ich echt gespannt was uns da erwartet so wissen und voll mit essen wir sind gut voll mit trinken also wie heißt es immer so schön klein überlebens einmal eins immer runter runter ist immer gut okay dadurch richtig hier war es genau und dann war es doch irgendwo durch im badezimmer ging der höhleneingang durch ne ich meine irgendwie so aber ist auch nichts nachgespont oder war hier gar nichts doch und wieder runter und hier durch oder links oder rechts links ne links ja genau richtig hier waren die ganzen bilder und irgendwas muss es ja auch noch mit diesen würfel auf sich haben so hier war jetzt aber glaube ich ich nichts mehr ich habe ganz vergessen zu speichern fällt mir ein müssen wir gleich unbedingt noch machen mal gucken ob ich es eben ob ich sie oder machen wird in der höhle so aber wo ging es jetzt zum badezimmer hier nicht da hinten durch ne genau da war genau da war der den ich versucht habe denn denn den arm abzunehmen um da rein zu kommen so dann links hier hier und dann ging es hier durch ne ja genau richtig so und dann sind wir genau hier an der tür und jetzt bin ich gespannt tatsächlich mit der goldenen rüstung funktioniert super vielen dank für den tipp ich bin gespannt was hinter der tür auf uns wartet so man die axt lieber in die hand nehmen und dann werden wir es gleich mal mal speichern weil ich habe echt falls das in der buchse geht keine lust den ganzen weg wieder laufen zu müssen heißt ich werde mir jetzt tatsächlich hier mal einen speicherpunkt setzen eben und es geht nicht ne ich kann doch wo ich kann ja nicht speichern dann wird gewesen so dann mal eben einmal speichern den können wir überschreiben und dann würde ich sagen ne du sollst nicht tausend dinge auf einmal setzen mein kleiner freund ich kann es mit zehn nicht mehr aufnehmen kann das sein okay egal also weiter schauen wir mal ula war da oben geht es weiter sieht zumindest so aus da haben wir hier neue gegner okay die sind aber doch ein bisschen stabiler gebaut würde ich sagen so hier muss ich runter da kommen die drum herum ich sag ja nach unten alles kleine einmal eins des überlebens nach unten ist immer wichtig wenn man probleme haben möchte nach unten gehen muss ich da runter hopsen sieht so aus ne da hängen sie okay okay wir wissen jetzt alles wir können nicht in lava tauchen und wir hätten vielleicht springen sollen hat keiner gesehen Bin ich jetzt wieder hier oben, ne? Muss ich da wieder runter? Okay. Aber die große Axt nehme ich in die Hand. Wart ihr richtig? Ja, ich glaube wohl, ne? Aber jetzt geht's rauf, ne? Das kann nicht sein. Rauf kann nicht sein. Wir müssen runter. Oder? Ja klar, dann ging's ja hier hoch. Genau so war's. Und hier in dem Gang war der eine komische Vogel, den wir umgemenscht haben. Genau, dann ging's dann hier weiter runter. Hinter uns hör ich schon wieder was. So, genau. Ich hoffe, es geht auch da drüber springen. Nicht, dass ich hier falsch bin. Stürz ich jetzt nochmal in die Lava, dann, ähm... Ah, ha, 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 ha. Gut. So, ich geh mal wieder runter in die Knie. Ja, Seile haben wir genug. da haben wir gesagt runter ist immer gut da hinten ist schon wieder einer von den zappligen freunden sieht aus als wenn wir rechts rum müssen die sterben aber nicht die täuschen ihren tod erstmal noch die täuschen ihren tod erstmal noch vor bevor sie bevor sie sterben war mir noch einer wo muss ich hin muss ich hier hoch hier durch nee hier ist falsch ich muss mich heilen ich muss mich heilen ich muss mich heilen ich muss mich erst heilen heute ist vielleicht beinahe tot gewesen die machen aber die machen aber ordentlich schein dann würde ich sagen wir mümmeln mal noch so ein energie riegel ein paar nudeln sind glaube ich auch nicht schlechter machen wir das erste erst mal wieder voll wo haben wir die denn jetzt ja die goldene maske haben wir die denn her haben wir die mit der goldenen rüstung gelootet ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher kommen wir mümmeln auch noch mal so ein energie drink so dann lassen wir das mal eben hoch unsere gesundheit hochlaufen wir haben jetzt noch viermal schmerztabletten und wir hatten gerade jetzt glaube ich den dritten gegner erst ne doch clean ist hier nicht so gut muss ich in einem loch stehen ich treffte nicht jetzt okay gut dann muss ich hier um weitergehen ich mach mal eben neue batterien in die taschenlampe so okay muss ich in die rocke gehen ich spring mal lieber ich weiß nicht ob da wieder ein laberloch ist hier unten geht es weiter okay geht immer tiefer runter ich sag ja wir schönen gruß an den teufel müssen wir hier oh da ist noch einer okay aber der interessiert sie nicht für uns dann interessieren wir uns auch nicht für den würde ich so mal einfach mal so stehen was machst du nur einen kurzen baum da oben auf der spitze okay der lebt noch so wow lavatür kommt denn hier ich meine die können nicht die lava laufen was gemein ich muss nur auf mein leben achten also irgendwie ich weiß nicht ob die rüstung überhaupt schaden abhält aber ich glaube schon ich glaube sonst wäre ich schon sonst wäre ich schon tot nicht ich glaube ich bin nicht der einzige der hier von uns beiden schaden kriegt bin ich du bleibst fliegen mein freund zu langsam so hier sind zettel würfel mit aktiviert aktiviert alle acht zyklen okay irgendwann muss er mit dem würfel auf sich haben ich kann direkt noch meine schmerztablette nehmen ich habe auch keine ahnung was uns jetzt so hier weiterbringen würde gott 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 ist das spannend so so komm jetzt mach hin so jetzt können wir es noch dreimal heilen das ist jetzt natürlich auch nicht so viel da sind nur seile warum kriege ich so viele seile hat soll ich mich hängen oder so soll ich mich auch daran hängen so und jetzt ich will links hier ist immer gut oder zieht doch gar nicht schlecht aus hier jetzt wieder so einer 1 2 ist aber auch nicht von vorne und von hinten ich glaube der ist hin was stimmt der mit ich habe keine ausdauer deshalb ok naja komm und noch einer weil es so schön ist jetzt wo ist er denn und schon wieder fast halbe leben runter müssen wir hier runter müssen wir da runter hier müssen wir glaube ich runter oder sieht zumindest danach aus gut nachdem hier kann ich 100% wieder eine schmerztablette nehmen ah ne doch noch nicht wobei komm wir nehmen lieber eine sicher ist sicher ich möchte jetzt nicht sterben können wir langsam weiter echt jetzt aber du kommst da nicht durch april april so glaube ich du kommst doch da durch weil du hinterhältst du doch kleiner mann ey wartet bis ich rankomme um mir dann eine zu verpassen das ist die wirkung der schmerztablette natürlich weg glaube ich auf lava deshalb habe ich so warme füße so nü immer weiter runter mit sicherheit hier am lava fluss entlang oder gut da kommt wieder einer so okay den hätten wir auch oh wei oh wei oh wei ich habe keine ahnung wo ich hin muss da war aber da habe ich immer tuschen sehen kann das sein ich gehe dem einfach mal den lava fluss nach okay das sieht nicht so gut aus hier zumindest sind wir schon mal weiter gekommen als er und wir leben noch okay wir sind einmal in die lava gefallen das zählt aber nicht sind wir ich habe keine ahnung ob wir hier richtig sind ich finde hier nie mehr raus wenn ich zurück muss oder zwei sind jetzt hier richtig oder nicht ich weiß es nicht komm komm ran komm ran stirbändlich sind hier sind hier sieht gut aus oder wei oh wei oh wei oh wei oh wei okay das sieht gut aus wir haben sicherlich sachen in der hülle übersehen okay ah das scheint dieser würfel zu sein 28 sekunden okay alle 8 alle 8 hey was macht ihr denn hier ja du darfst nicht du hast mich niedergeschlagen Virginia und Calvin was macht ihr hier wie kommt ihr hier hin und wer bist du ja ja 15 sekunden und alles ok mit dir wie viel gibt es von euch wo sind wir jetzt los ach war nur ein hologramm okay okay was ist mit ihm denn da da kommt ein kopf raus das sieht aus wie ein lebender dickdarm was ist mit dir denn los oh gott nein nicht sterben ach nö jetzt sind wir so weit gekommen kannst du jetzt nicht sterben ok das ist doch mein Säckle wieso ist denn mein Säckle weg der hätte mein Säckle hier gelassen ich lasse meine guten sachen nicht hier ach wir sind jetzt hier unten okay da ist der höhleneingang jetzt fliegen die ohne mich weg aber ich hatte bestimmt die Wahl ne mitfliegen oder hier bleiben und ich Idiot habe mich für hier bleiben entschieden ehrlich jetzt komm wieder zurück ich will mit ich habe es gar nicht so gemeint ich wollte doch das wenn man so gierig ist komm doch bitte wieder zurück bitte 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 ich habe es mir überlegt nimm mich mit nimm mich mit nimm mich mit ja gut ok aber ich glaube wir sind halt durch ne also ich glaube wenn ich jetzt eingestiegen wäre und dummerweise hätte ich nicht den Rucksack mitgenommen wäre weggeflogen und wäre durch gewesen ja liebe Leute ok dann leider Gottes ja endet dann hier die Staffel den Rest erhebe ich mir falls wir irgendwas vergessen haben und ich habe mit Sicherheit was vergessen erhebe ich mir aber für die nächste Staffel auf ähm ich werde definitiv eine zweite Staffel machen sobald der Content erweitert wird neue Story-Modes oder sonstiges reinkommt ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen ihr seid bei der nächsten Staffel wieder dabei mir hat es sehr gut gefallen das Spiel ist super klasse ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend und einen schönen guten Morgen je nachdem wann ihr die Folge gesehen habt bleibt mir gesund und gewogen euer Dexter bye bye